Na, da probiert schon einer unsere Pfeilen aus. Da sind sie. Die Gollumse. Boah, Alter. Diese Aufregung. Ist so irgendwie... Hab ich mir das jetzt sehr schwerer vorgestellt. Ich hab die Kabinix gesagt. Ich bleib hier drinnen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night Under Dead mit mir, den Kabin. Leider am Tag 16 schon, also eh ne Horde ist flöten gegangen, denn ich hab gestern OBS-Update gemacht. Und okay, hat es sich nämlich mit AMD vertragen. Ja, die Bitrate wurde runtergestellt auf 3000 oder so und war Pixelshow. War futsch. Zwei Aufnahmen, kacke. Ja, was liegt denn heute an? Also ich werde jetzt so weit machen, dass wir uns heute trotzdem noch ne Horde angucken, und zwar die 16. Aber das heißt, wir müssen erstmal Material farmen, weil ich hab mir da oben was hingestellt, wie ihr seht. Und der funktioniert. Also, ich hab jetzt ein Kontrollgerät, da oben zu stehen. Äh, Raketenwerfer. Da sind auch 8 Schuss drin, die sind ja in Südfield Giants. Denn ich hatte komischerweise gestern ein Giant gehabt. Am Tag 15. Was komisches. Na ja, gut. Muss ich durch. Na gut, dann werden wir uns gleich sehen. Äh, ich hab jetzt überlegt, wir werden uns... Da hinten verkrümmeln. Aus folgenden Grund, äh, Grund. Weil hier sind nämlich Hochenden. Oh, und die kann ich jetzt so gut gebrauchen. Dann können wir unsere Waffen noch ein bisschen hochwerten. Ne? Und das nehmen wir noch ein Bein mit. Warum die Teilen müssen? Mal kicken. Wird heute für euch eine längere Folge. Ihr habt's euch verdient. Wir ziehen es jetzt durch. Und dann ist es gut. Ist nicht gut. So muss jeder Eingang. Hallo. Wo ist denn hier die Tür? Äh. Ach da. Ey, und sie ist verschlossen. Das heißt, ich war hier noch nie drin. Komm her, Kloppsi. Wo stehst du meine Liste? Ja, siehst du, kannst du schön aufräumen so. Ja, aber hoch. Aber ich kann dadurch besser zielen. Oder schneller. Besser ist falsch. Schneller. Hüps. Okay, voll. Hüps. Volle. Leicht angeschmort da. Aber wie gesagt. Das ist wirklich gut. Da drin ist gegenzusetzen. Boah, ich sagte mir, war zum Trinken. Ja, ich hab ja, war zum Trinken hier. Bin bloß so Paul zu nutzen. So. Genau so weit brauchen wir. Und Eisen. Und Stahl. Und alles so weit. Alter, den Schlag. Alter, die Ente, die mussten mir kaschen. Oh, jetzt. Schieß dir mal eine Brust. So. Das ist aber nicht das, was ich haben will. Ich bräuchte eigentlich diese Kisten, wo Munition und Benzin und alles so weit drin ist. Ah, genau so weit. So weit brauchen wir. Wenn Benzin drin ist. Aber Munition ist drin. Sag mal, wie viel Platz hab ich denn? Huhuhu. Gut. Äh, warte mal. Äh. Hallo. Könntest du das mal... Achso, ich muss ja raus. Äh. Äh. Ja, komm. Brauche ich mich. Bestimmte Sachen kann ich wegschmeißen. Hier, das Holz zum Bleistift. Weil das kann ich mir ernst schnell. Da mach ich einen Baum weg und dann ist das gut. Und ich werde eh noch gleich will er was aufsammeln davon. Da ist eine Krähe. Wie gesagt. Erstmal brauche ich Kupfer, Eisen, Benzin und Piepmätze. Genau so weit. Muss ich jetzt aber erstmal finden. Im besten Fall der Fälle ist der nicht auf dem Dach. Hm. Ich seh ihn nicht. Ach, sei denn es. Na gut. Wo der ist, gibt es noch mehr. So, haben wir schon. Haben wir, haben wir. So, was ist mit dir? Ja, guck. Sieh seine Hand an. Mal so ganz gespannt. Ach nee, so ein Herz. Auch du wirst sterben. Wenn ich dich treffe. Er war stets bemüht. So, hier draußen ist eigentlich die Funze total mühl. Aber im Haus ist er auch mühl. Tö, 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 tö. Tö, tö, tö. Oh, da hinten. Wo bin der hin? Hallo. Ich bin noch da. Naja. Immer da neben geschossen. Ist in Ordnung. So, warte mal. Da haben wir Lulatsch und, äh, Madame. So, und tot. Er ist tot. Naja, wie gesagt. Ich werde erstmal das Wichtigste sammeln. Und dann auf dem Weg zurück können wir noch ein paar Kisten, äh, ein paar Fässer auseinandernehmen. So rum. Also da hat ein Grundbau mit den Auseinandernehmer. Kostet all Zeit. Wenn ich äh, Dings auseinandernehme, reicht das vollkommen aus. Schränke. Und so. So was, ne? Und tot. Dit reicht vollkommen aus. Da krieg ich Komponenten alles, wat ik brauche. So. Ik kam von draußen dit Geräusch. Dit hab ik gehört. Sag ik doch. Mach ma ne so'n Terz. So. Dit mal wieder her. Dankeschön. Ik frag mich, warum die ständig ihre Hände angucken. Hat dit nen Grund? Ich weiß das nicht. Die kommen ja nicht zum Reden. Die sterben ja sofort. Warte mal. Ik muss erstmal hier rin gucken. Da ist ein Schrank. Dit ist schön. Da misst da kein Benzin drin sein. Was ist denn hier los? Ik brauch doch bloß ein bisschen Benzin. Winke, winke. Für mein Feuerzeug. Was ist mit ihm? Der guckt sich auch seine Hand an. Habt ihr das gesehen? Da muss doch irgendwas sein. So. 27 Pfeiler. 27 Pfeiler. Naja, gut, wa? Also. Mal kicken. So. Das ist die nächste Kiste. Aber da krieg ich kein Benzin. Dit ist alles nicht so gut. So ein Knüppel. Ich hab schon so überlegt, ob wir dit Messer aufskillen. Weil, äh. Ich glaub nicht, dass du da mehr kriegst, aber du brauchst weniger Ausdauer. Und das ist, also, weniger Ausdauer ist immer gut. Also, wat. Unkraut hier angehen tut. Grünzeug. Wenn dit mit Messer machen tust, ist dit besser. Ist mir nämlich letztes Mal auch so auf die Fallen. Warum? Dit wird ja auch am Anfang gezeigt. Du sollst dit Messer nehmen, um dit hier clean zu machen. Und seht ihr, wat dit an Ausdauer kostet? Und wenn man dit komplett aufskillen tut, könnt dit durchaus gut sein. Wat ich noch nie geteilt hab, ist, ob dit einen Unterschied machen tut. Also, von ne Menge her. Das könnte durchaus möglich sein. So, warte mal. Ich mach mir mal paar Pfeile. Genau ein paar. Aha. Ja, wie ihr sagt. Also, ich werd das jetzt auch ein bisschen so zusammenstückeln. Die Aufnahme. Sie wird zwar lang, aber nicht. Also, jetzt soll ich schon passen. Wenn ich unter ne Stunde bleibe, ist dit in Ordnung. Tü, tü. Was, 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 was? Hättet ihr zerschrien? Von draußen oder von drinnen? Von draußen. Sag mal, wo schieß ich denn hin? Nicht dahin, wo es soll. Na gut, die Bär. So, jetzt sie. Dame in Rot. Lady in Red. Boah. Gut, jetzt kommt's von da. Oh, aber sind's aber Pfeile. Ich glaube, ich hab eine kleine Horde. Aber ich bin nicht auf kurzen Raum. Zurzeit. Ich weiß noch nicht mal, wieso. Aber solange es funktioniert, tut es mir ideal. Haha. Echt jetzt? Ja. Na, das kann was werden. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und die machen alle kaputt. Ah, eben Benzin. Yay. Boah. Na gut, war klar, dass der irgendwann mal ankommt. Zwei. Es sind zwei. Na gut, vielleicht hat er mich ja noch nicht gefunden. Jetzt sind wir reihe. Es klingt nach Spaß. Ist das aber nicht. Oder wenn du die ganze Zeit um die Ohren hast, Alter, dann hast du mal Zeit. Genauso wie gestern. Gestern irgendwie war ein Bug oder so, ich weiß es nicht. Da hatte ich sechs oder sieben Stück gleichzeitig gehabt. Aber das kann auch sein, dass das so einen Leuten tut, Alter, jetzt kriegst du richtig ihn auf den Sack. Ich muss die wegmachen. Dürfte ich wieder? Dankeschön. Dankeschön. Alter, Schnauze! Oh. Hey, hey. Alter, warum liegt denn der zweite Pfeil immer daneben? Weil der nächste jetzt kam ihn. So, aber er ist tot. Er ist dead. So. Gut. Links, rechts, geradeaus. Ich gehe jetzt hier lang. Tü, tü, tü. Hm. Ich habe schon an so viele Stellen hier gebaut, privat, da ist manchmal sehr schwer den Überblick zu behalten. So, warte mal, das kann weg. Hm? Ach so. Guck. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So, warte mal, das, äh, mache ich auch weg. Das kann auch weg. Der Rest kann stacken. Das kann auch weg. So, haben wir wohl auch ein bisschen Platz. Wie gesagt, wenn wir einen Bären kriegen oder einen Nasen-Elch, nehme ich mit. Wie gesagt, brauchen wir ja so oder so zum Obwerten. Das wäre cool, wenn wir jetzt schaffen, unsere Knarre auf 10 zu kreieren. Tü, tü. Eine Krähe. Ja, das wäre schön, wenn ich das schaffe. Ich schiebe mir, werde ich zwar nicht mehr kreieren, weil die Saat hatte ich schon ja ab. Äh, aber das ist ganz gut. Wenn wir das hätten. Dankeschön. Die Knifte kannst weiten, brauche ich nicht. Sprach er und nahm die nächste Knifte auf. So, die muss ich hochlos werden. Die Bären. Ich stapel die mal hier. Ihr sagt, ich habe eh bloß vier Hände. 11 Uhr. So, was haben wir jetzt an Benzin? Alter, zwölf Stück. Das sind 120 Benzin. Das ist nicht viel. Plus 200 noch was. Naja, gut. Na gut. Im Endeffekt ist es egal, wo wir das Zeug herkriegen. Hauptsache, ich habe es. Und komme nach Hause. Also, ich sage mal so, 18, 19 müssten wir zurück. Die ganze Chance auch werten. ist er mal. Ei, ei, ei. Der ist weg. Ich glaube, die sind alle weg. Dankeschön. Das ist die nächste Ente. Also, wäre die nächste Ente, wenn ich sie finden würde. Du hast ja noch nie mal nachgeschaut. Da ist auch eine Eule. Eine Eule. Auf jeden Fall eine Eule brauchen wir auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Daran kriegt mir neue Fallen. Daran erinnern. Da haben wir zwei gefährt. Warte mal, ich mache mal kurz das Licht aus. Hm. Ach, der ist denn die Taube ist der da? Wichser? Glaub mal nicht. Doch, ich habe sie. Was für ein Schütze. Eine Taube, die ist lustig. Eine Taube, die ist schön. So. Genau. So, meine Lieben. Und das hier sind diese Steine, die könnt ihr auch erbauen und da kriegt ihr einen schönen Kuppa von. Äh, das war am Anfang immer diese Anlaufquelle, die ich immer genommen habe. Nicht Kuppa-Steine. Sprach er. Naja, eh ein Kuppa. Mir kam nicht so vor, als ob ich damals mehr bekommen habe. So, da oben müsste auch ein Bär sein. Ja, ja. Aber da sind, deswegen sind wir ja ja nie da. eigentlich Ventil und Gaggies. So ein Bär ist gerade nicht da. Naja, gut. Gucken wir weiter. Der wird schon irgendwo rumkrauchen. Wenn er Hunger hat, kommt er schon. Tü-tü-tü-tü. Naja, den Zwie-Meter sind noch. So, dann sind wir immer komplett hier fast um den See rum. Naja, so gut wie. Wie gesagt, das ganze Eisen könnte ich mitnehmen. Aber wie gesagt, dann müsste ich das erst verarbeiten. Und dann hätte ich immer noch kein Benzin. Ach, alter, alter. So, das ist ein normaler Taperoo, der leg aber trotzdem mit. Schnee mal alle was ich kriege. Das war nicht, was ich haben wollte, aber hey, wann kriegt man mal das, was man will. So, da sind wir, Villa. 16 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück gewesen. Also, weil, wie gesagt, ich habe ja eine Schmierkurs hat ich gefunden. Komm rüber. Da kannst du auch nur in der Tasche rinnen. Tiere, technischerweise ist das ja nicht so schlecht. Also, ich glaube, wir können jetzt ein, zwei Waffen aufwerten. Aber, erst mal die AK. Benzin könnte ein kleines Problem sein. Ich habe diesmal mehr Nahrung gefunden. Oh, das kriegen wir schon rum. Irgendwas scheint da oben wohl anzukommen. So, was habe ich hier? Ein bisschen reparieren kann ich ruhig. Ranken und Ester habe ich jetzt auch noch schnell mitgenommen. Ich bin gespannt, ob das wenigstens für oben reichen tut. Boah, Alter. Na? Das war nicht nett. Stub. So. Gut, also. Ich bräuchte ganz, ganz dringend erstmal Platz im Inventar. Nee, erstmal wehrt mal das da oben auf und dann machen wir die... Oh, Alter. Shit, das ist der Nachteil, wenn du nicht zu Hause bist. Ich hoffe, dass wir hier noch Strom bekommen haben. Alter. Alter. Alter Arsch. So, pass auf, wir kriegen hier hin. Kaum Strom da. Alter, den rast ich aus. Alter, du willst mich verarschen, oder? Ey, das kann nicht wahrsehen. Gut, wir werden heute wohl ein bisschen auch Sparflamme laufen lassen müssen. Also werden wir die Katapulte noch nicht aufwerten. Habe ich jetzt gerade so beschlossen? Ey, das kann nicht wahr sein. Da gehst du weg. Alter, und vier Sachen fallen aus. Vier Stück. Sprich, wir haben stromtechnischerweise nicht ein Fuzzel zugekriegt in der Zeit, wo wir weg waren. Ach, das Spiel, das ist kacke. Das ist ganz, ganz groß kacke. Das heißt, erstmal hier will er ein bisschen was drin semmeln. Warte mal, ich muss erstmal ein bisschen Platz machen. Das ist kacke. Ja, das ist eh, da, da. Warte mal. Nicht zentrieren. So. Ihr sagt, Hauptsache, das Ding löft. Und dazu brauche ich Benzin. Du brauchst Benzin und Benzin. Gut. Ist kein Problem, ich nehme da oben ein bisschen was raus und dann schmeiße ich die Trillerin, wenn ich das halt angeschmissen habe. Ist ja wichtig. Wenn ich davon dann genug Benzin kriege, äh, rauskriege, ist es mir wert. So. Schmeißerin. Ich kann bloß hoffen, dass der Riese nicht kaputt machen wird. So, schnell reparieren. Wat nou jed. Und wat nou muss, sag ich mal, lieber so. 80%. Das ist halt mal im, im grünen Bereich. Sag ich mal jetzt so. So, wie versprochen, 23 Uhr. Ich habe jetzt wirklich so weit vorbereitet wie die. Strom ist wieder in der Mache. Hier konnte ich leider keine Munition mehr herstellen. Also, außer Zwieschuss. Aber ich glaube, das fällt gerade nicht so ins Gewicht. Kommt auch an, wie viele Giants kommen heute. angeschlossen ist alles. Benzin ist erstmal nicht mehr drin. Aber es funktioniert. Ich habe jetzt nochmal nachgerüstet. Und zwar habe ich jetzt den auch auf Giants umgestellt. Und das teilt auf normale. Die drei, das müsste reichen. Und wir sind ja auch noch da. Und ich habe jetzt insgesamt das ist etwa, was ich an Munition habe. Und die ist auch gewertet auf 10. Dürfte eigentlich reichen, oder? Pfeile auch noch dazu. Hier drüben haben wir eben halt einen Ölturm noch schnell hingestellt. Das war wenigstens ein bisschen Benzin. Aber wie gesagt, muss ich nochmal umbauen. Eine andere Stelle, dass ich mehrere nebeneinander stellen kann. Weil wie gesagt, ich habe jetzt bei ebenem Durchgang einen 5er drin. Ja, also quasi 50 Benzin. und es ist gar nichts. Ich glaube, da ist irgendwas gekommen. So, ich werde mal jetzt anfangen, die alle zu beladen. Dass ich sehe, was hier Phase ist. So, ich schmeiß mal alle drin, was geht. So, mehr ist nicht. Aber ich glaube, das sollte reichen. Aber ich glaube, wenn jetzt was gewesen wäre, dann hätte er jetzt ja schon losgeballert. So, äh, und zur Note kann ich auch noch ein bisschen was rausklauen. Da sind 300 Stück fast drin. Wie gesagt, ich habe hier auch ein bisschen Licht. Bin mir noch nicht so sicher, ob das so gut funktioniert. Weil der Dumme ist, ich kann die nicht einstellen. Den Blick in die Kicken geradeaus. Was ein bisschen blöd ist. Der wird uns vielleicht was bringen. Wiss ich nicht. Muss ich mal gucken. Aber ich traue mich jetzt, den hier anzumachen. Ach, was soll's? Ja, doch, das Licht brennt durchgehend. Cool, ich habe jetzt gedacht, dass es erst losgehen tut, wenn Giants in der Nähe sind. Ja, das ist gut. Wie gesagt, das Ding dürfte eigentlich erst losgehen, wenn Giants da sind. Doch. Später, wenn wir hier noch eine Munition haben, werde ich mir da unten auch hier so eine Minigun hinstellen. Und werde die auf schwere Zombies stellen. Aber dann muss ich mir irgendwie noch einen Turm hinstellen. Genau hier an der Ecke, wo die immer stehen oder umstressen. Mal kicken, was? Ja, geht gleich los. Gleich geht das los. Das große Bippa. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ankommt. Kann ein Giant sein? Können zwei, drei sein? Ich weiß es nicht. Kann aber auch ja keiner kommen. Wie gesagt, wir hatten am 15. hatten wir ein Giant Yard. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade der Wechsel, ne? Die nächste Stufe. Naja. Wie gesagt, bin die Erdzeit überlegen, wo ich denn den Oh, es hat begonnen. Es hat begonnen. Ey, wieder an überlegen, wo ich den Park hinstelle. Für die Windräder. Kann sie mitten auf der Straße stellen. Aber da habe ich immer Angst, dass die dagegen kloppen. Idioten. Und ich muss das ja auch noch verbinden. Und bitte ständig kontrollieren. Naja. Jetzt scheint noch ziemlich ruhig zu sein. Gut, greift ihn an. Haltet euch bereit. Sie werden kommen. Sie werden uns versuchen zu flankieren. Flankieren. Von da. Da, ganz gefährlichen Kannecke. Mit der Scheinwerfer ist er jetzt doch nicht so positiv. Durch den Nebel, durch den Nebel ist es schwer zu erkennen. Ja, okay. Vielleicht für unterwegs. wir hätten nicht unten hinstellen müssen. Ich habe gedacht, ich kann nicht verstellen. Aber nichts. Wo geht los? Es geht los. Zeit nach unten zu gehen. Und ich werde mir ja richtig spaß haben, um zu schneiden. Ich habe jetzt zwei Stunden fast im Vorlauf. Da macht der Bumms. Ja, wie gesagt. Dummes. Ich habe für den Planwerfer das ist alles. Mehr kann ich mir leisten. Aber die kann jetzt auch da durchschießen. Schüssen. So, das ist die die da. Er ist noch total ruhig. Ich hoffe, du bist auch wieder angeschlossen. bist du bist willig. So, halt. So war der Eheplan. Genau. Runter mit dir. Ich gehe runter. So, na, wo sind sie denn? Und wenn nicht da oben losballern tut, wissen wir Bescheid, ob heute was kommt. oder nicht. Das wird explodiert. Ich nehme erst mal den Bogen, Wenn ich ihn richtig auswählen kann. Wenn ich dazu in der Lage bin. Ich habe gesagt, ich werde auch irgendwie mal runterspringen müssen. Aber, solange man überleben, ist das alle die es nie los. Kommt aber ziemlich schnell durch. Kannst du mal bitte runter? Was ist denn hier los? Strom ist auf jeden Fall da. Wie sagt, die wären ja auch die aber ein bitte. Falsche Richtung, Hey, hey. Und naja. Immer noch gehen rum, die Baller. Das ist für uns ganz, ganz gut. Da sind sie. Die Gollumser. Ich werde mal jeden Schmackopatz machen. Weil, wie gesagt, das kann genau nicht jeder Stücke sein, was mir fehlt. Das wollen wir hin. Ich sage mal, hallo. Ich könnte mal kurz damit aufhören. Daneben. Alter, der hatte die Spalten. Höhö. Das war aber ganz schöner. Ach, das sind die normalen. Bio, oder normal. Was ist mit dem? Na gut. Dann sind sie eben, na wohl, ich glaube, die kommen erst zu zwei Uhr, ne? Wenn überhaupt. In der Endtraube. Was ist nie los? Hä? Nee, nee, Junge. Schieß dir mal kurz in den Puppes. Du hast das verdient. Oh, ey, das ist gut. Das ist gut. Feiler. Loot. Wenn ich das sammeln kann. Dankeschön. hat er sich bewegt. Hat er schon immer in diese Richtung geguckt? Hm. Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Ding ist nicht zu überhören, wenn es loslegen tut. Ja, heute ohne Musiker, weil, äh, wir machen nämlich gerade mal einen Mikrofontest. Tja. So ist es mit dem nicht. Mal brennt es, mal brennt es nicht. Aber morgen ist wieder Musiker. Heute ist, wie gesagt, alles neu eingestellt. Muss ich erst mal geben, ob das alles so funktioniert. jeweils vorhin hat Alphons nicht. Da hat es vielleicht zerschmettert. Ist sehr, sehr ruhig, ne? Sehr, sehr leise. Äh. Du hast kein Material. Ja, ich weiß, das ist ganz, ganz schlecht gerade. War ein bisschen was für mich drin. Nein. Nehme alles. Danke. Gut, da war ein Stück mit bei. Oh, Alter. Diese Aufregung. So, der ist hochwillig. Schnicke. Oh, nein. Zwei. Nee, der ist bloß kaputt gewesen. Gut. Strom ist wieder da. Bis jetzt noch kein Giant. Alter, ich stehe jetzt da neben. Wum, 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 wum. Ja, denn post mal Zeit. Moment mal, ich hab da was. Nee. Nee, nee. Es war kein Giant. Uiuiui. Uiuiui. und sonst so? Ey, geh mal da vorne. Ey, das ist sehr langweilig hier hinten. Meine Falle funktioniert zu gut. Für den Anfang. Du bist das Tode ist. Hui. Nee, nee. Bist du ganz sauer? Stammt erst mal ne Runde hoch. Alter, ich muss erst mal gucken. Nicht, dass hier irgendeine rumpielst. Wie gesagt, immer vorsichtig sein. Alter, die zuppeln da lang. Tut, 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 tut. Performance des Todes. Hier vorne läuft alles noch ganz normal. Aber da hinten? Ich glaube, das ist, äh, um FPS zu sparen, ne? Oh, oh. Ich hab da so ne Idee. Ich hab so die Befürchtung, das müsste mal wieder was nachgefüllt werden. Oh, 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 oh. Bloß nicht rinnenrennen. Das ist ganz schlecht. Dann hab ich mir nicht mehr gedacht. Oh. Das war aber aber. Ha, 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 breit. Ja. Das war keine 2 Uhr. Also, irgendwie habe ich mir das jetzt schwieriger vorgestellt. Gut. Die kommen ja jetzt um erst. Ich habe nix gesagt. Ich bleib hier drinnen. Sehr, sehr entspannt. Also, bis jetzt. Es dürfte aber gleich was durchkommen. Was oranget. Na, was ist es? Ne Orange. Der ist ja schon kaputt. Der hat in der Erde da weh. Freik mich jetzt. Ah. Schön aufgewertet. Dann nehme ich dir recht. Oh, oh, oh. Der ist aber dicht. Die sind doch nicht ganz dicht. Ja, wo sind sie? Oh, oh. Da sind sie. Ich habe sie gefunden. Nein, nein. Mach das mal nicht. Hey, 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 hey. So, der ist hochweg. Hey, hey. Was soll denn, bitte? Nö, warte mal. So, jetzt. So, ich möchte nicht reingezogen werden von denen. Was ist denn da los? Wer macht denn so einen Radau? Die sind doch hier. Uiuiui. Hat sich aber eher durchgemogelt. Wenn die Hammerdudes hierherkommt, ist das ja nicht mal so schlecht, wie ich sage, wenn ich bin, wenn sie eine Vorne kaputt machen. Ich gehe noch mal gucken. Da bummert irgendjemand rum. Neuens. Bekloppt ein Spitzel, Junge. Huch. Neuens. War ein bisschen mutig. Das war aber bloß normales Geschoss, ne? Psst. Glaube ich. Hä? Jetzt ist der Schumiller am Randen allieren. Junge, was stimmt mit dir nicht? Und die pennt Schumiller. Hallo, Leute. Das ist Horde. Was soll denn, bitte? Strengt euch ein bisschen an. So, der ist schon mal weg. Ah, heute kein Giant. Ich hätte eigentlich hier rechnet, dass heute einer kommt. Kommen die jetzt an ungeraden Tagen, oder was? Ich glaube noch nie, dass jetzt hier alles war. Das wird ja noch fröhlich rumgeballert. So. Hey, wenige Munition kannst du noch haben? Oh, oh. Ich halte sich aber viel an. Oh, oh. Ich guck mal kurz den und ich muss mal kurz wieder runter. Damit hat man hier gerechnet, wa? So. So werden wir es machen. Und will er zurück. Ich guck, die sind halt stinkig. Geht gleich los. Ich spiel nicht mehr mit. Wie gesagt, die Hauptsache ist, ich überlebe, ne? Das ist ja der Ziel des Spiels. Alter, der muss weg. Ja. Oh, jetzt. Das vielleicht in der OP riecht. Oh, jetzt. Hui, ui, ui, ui. Hui, ui, 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 ui. Hallo. Freunde. Oh, ich hab keine Munition mehr. Für die Knifter. Aber da kein Giant mehr kommen tut, anscheinend, ist halt weit in Ordnung. Ich werde jetzt ein bisschen piesacken und wenn wir mal verstanden haben, probit. Die Ausdauer ist nicht so gut. Warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen Lebensenergie tanken. Er hat's gerade ihn zerledert. Guck, das war der letzte, ne? Boinky, boinky. Ja, wie ihr seid, da vorne müssen wir uns irgendwann einleiten lassen. Der Ständige Gegend, wo man... Das ist ja kacke. Alter, den hat's aber zerledert. Jetzt einmal. Wo ist der? Wo ist der Hannes? Ist der Wille hier vorne? Schieß den mal in den Puppets. Aber das interessiert den hier, Hannes. Moins. Oh, da ist ein Baum. Sag das doch, Ina. Woher soll ich denn das wissen? Hab ich Augen? Ui, 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 ui. Sieht sich ein bisschen wie ein Kaoyumi. Jetzt sag ich euch. Alter, jetzt schon wieder. Der muss weg. Der ist kacke. Was ist denn der? So, jetzt will er weg. Alter, der hebt aber auch nicht auf, wa? Der ist richtig hardcore. Ich geh mal kurz wieder rüber. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Gut, ihr könnt da einfach warten. Und, äh, kicken, dass sie hier rinnen laufen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Oh, oh. Moment mal, ich hab da noch unseren... Äh, wenn ich die richtige Taste drücke? Mach ihm ein bisschen Feuern beim Arsch. Ich glaube... Nee, der zappelt noch ein bisschen. Ups. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Drei Hoshis, alter, die halten den ganzen Tag her. Okay, oder was? Alter, Falder. Gut, war auch eine chaotische Runde gerade. Aber ich hab's überstanden. Ich glaube, ich hab keine Munition mehr, einen Flammenwerfer. Äh, alter, Falter. Aber wie gesagt, unsere Base ist safe. Wie gesagt, wenn der Giant hier kommen wär, Raketenwerfer, alles gut. Und ich glaube, wenn wir da nur eins wie hinstellen, können sie ja ein paar mehr kommen. Ich bin gespannt, wie weit das nur jeden tut. Gibt er von denen auch noch spezielle? Ich wies das nicht. Kann ja sein, dass er von den Giants auch noch spezielle gibt. Äh, ich muss dann erstmal eine kleine Pause machen, weil zwei Stunden Hardcore ist auch ein bisschen schwierig. Also, nicht Hardcore schwierig, sondern lange, das meint ich mit Hardcore. zwei Stunden ist nämlich schon die Hand schon anstrengend. So. Na, komm. Aber ich sag mal, so, so richtig stressig war das nicht, ne? So, was sagt unser St. Ach, deswegen hat's nicht mehr funktioniert. Es geht's dröhnen. Nix dröhnen mehr da. Wie gesagt, da muss ich noch irgendwas hinstellen. Das war ein bisschen mehr Strom kriegen. Aber ich bin erstmal froh, dass das alles so funktioniert hat. Und da haben wir so ja noch ein bisschen was übrig. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werd mich jetzt erstmal heransetzen, das alles zusammenschneiden. Und wir sehen uns dann morgen wieder selbe Stelle. Bäh. Selbe Stelle, selbe Welle. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.